Herzlich willkommen zum neuesten Off-the-Record-Podcast. Gast im Multimedia-Studio im Heiß der Wirtschaft, Hadewitz-Bratelen, ist Christoph Bouser. Er ist Direktor der Wirtschaftskamera Basel-Land und gleichzeitig auch Präsident des Hauseigentümerverband Basel-Land. Mein Name ist Michael Köhm. Christoph, schön, dass du jetzt auch wieder einmal gekommen bist. Nach anderthalb Monaten, wir haben letztes Mal zurückgeschaut auf das letzte Jahr, wir haben ein bisschen früher geschaut auf dieses Jahr, jetzt sind dann doch schon anderthalb Monate rum im Jahr 2024. Die Fasnacht steht vor der Tür, für viele auch die Skiferien vor der Tür. Und für dich eins von beiden. Es ist schon eher Skifahren. Ich bin mit Skifahren aufgewachsen, wenn man so will, genau. Mit der Fasnacht hast du weniger am Hut? Ja, einfach durch das, wenn man als Jugendlicher in den Fasnachtsferien jeweils auf der Ski gestanden ist. Also ich finde es eine tolle Tradition, aber dasselbe eine aktive Fasnacht gemacht hat. Und mit den Kindern, die sich allein waren, sind klar, das macht man. Das ist dann jeweils das Highlight gewesen. Aber wenn ich heute wählen muss, dann nehme ich den Tag für das Skifahren. Am Sonntag ist der Superbowl. Ich nehme mal, du bist ja ein grosser Fan vom amerikanischen Sport, vom US-Sport. Ich nehme mal, den schaust du. Den schaust du, auf jeden Fall. Das ist auch ein ganz interessanter Superbowl. Zwei sehr gute Mannschaften. Da kann man viel spekulieren vorher, welche Teamteile funktionieren müssen. Wer kann den Unterschied machen? Und es hat in beiden Mannschaften Gründe, die dagegen sprechen. Ich bin da schon voll in diesen Diskussionen mit Kollegen oder in den Foren am Schauen. Das finde ich immer super, so die Vorfreude auf diesen Match. Machen die Amis auch gut, das wird richtig aufgehypt. Und viele schauen ja nicht nur wegen dem Sport. Ich denke mal, du schaust vor allem auch wegen dem Sport. Auch wegen der Halbzeit-Show. Und in dem Jahr ist ja Taylor Swift auch in aller Munde, wenn man so sagen will. Also sie hat fast mehr über das geschrieben, als eigentlich über das Sportliche. Ja, die interessiert mich jetzt weniger, ehrlich gesagt. Aber ja, sie überlagert das. Zumindest teilweise. Das wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass einfach noch mehr Leute in den Football schauen. Und ja, aber Taylor Swift interessiert mich nicht mehr, was ihr Freund macht. Der muss gut spielen. Der Holmes muss gut spielen. Also das heisst, du favorisierst Kansas? Ja, ich hätte gerne Kansas City. Weil es ist einfach der Quarterback dort, der sehr stark ist. Ich glaube, beide Mannschaften haben jeweils ein Spieler, wenn der performt, dann gewinnt die Mannschaft. Und bei Kansas ist es der Holmes, der muss einfach Zeit haben zum Werfen, braucht eine gute Abschirmung. Und dann werden die gewinnen können. Wenn das nicht der Fall ist, wird es schwierig. Und bei den anderen ist es der, der den Ball nimmt, Running Back, und dann durchabflügt Christian McCaffrey. Sehr gut. Und die Frage ist, kommt der bei der Defense von Kansas durch? Wenn er das schafft, dann wird es für 49ers gehen. Gut, nach dem Sonntag auf dem Montag wissen wir es dann nicht. Gehen wir zurück ins Baselbiet. Da ist im Februar politisch gerade recht viel los. Man kann sagen, fast so viel wahrscheinlich wie am Sonntag, dann im Superbowl. Lass uns das eine oder das andere mal rasch ein bisschen genauer anschauen. Und wir beginnen mit Themen aus HIV-Sicht, aus Hauseigentümer-Verbandsicht. Da gibt es eigentlich zwei grosse. Das eine ist, die durch Hauseigentümer auf der HIV selber auch mitmachen tut, ist die Transparenz- und Mitwirkungsinitiative, wo aktuell die Unterschriftensammlung läuft. Wie ist da der Stand der aktuellen? Die Unterschriftensammlung läuft, die kommen rein. Wir haben die Mitglieder angeschrieben, sonst interessierte Kreise. Es ist ein vorzutrochenes Thema. Die Leute fragen mich zum Teil, was sie da genau wollen. Ich sage mal, dank dem Vertrauen, das man hat an diese Organisation, die auch aufgebaut worden ist, unterschreiben sie dann auch. Aber wir haben das letzte Mal diskutiert. Also wir werden irgendwann 5'000, 6'000, 7'000 Unterschriften dort, das wäre dann schon fast viel, aber wir werden das können einreichen mit einer sehr guten Unterschriftenzahl und das hat eine gewisse Bedeutung für einen weiteren Verlauf von diesem Geschäft im Landrat. Und wenn man einreichen tut, das ist noch offen? Ja, also wir werden das im Verlauf des Frühlings machen können. Ich glaube, wir haben jetzt noch die Generalversammlungen von den Sektionen, die dann anstehen, die könnte man selbst sicher noch mitnehmen, dass dort auch noch leichter gesammelt werden und er kann informiert werden. Aber das ist eine Frage von ein, zwei Monaten, die wir einreichen. Also genug Unterschriften haben wir, es ist ja mehr gefragt, mit wie viel will man dann einlaufen. Informieren kann man sich unter anderem auf www.transparenzundmitwirkung.ch und unterschreiben kann man in diesem Fall auch noch in nächster Zeit. Ja, wir haben gemerkt, dass viele haben nur jemanden unterschrieben. Also vielleicht haben ja die noch Kollegen, Freunde, Familienmitglieder und auf der Homepage, die du gerade erwähnt hast, kann man ja Bögen abladen oder bestellen. Wobei es eigentlich ist ja, man darf immer nur auf dem Bogen unterschreiben und wird man aus der gleichen Gemeinde. Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, weil sonst ist es dann nachher nicht gültiger. Genau, und das werden wir natürlich auch anschauen oder schauen wir laufend an. Und dort, wo Fehler auf der Karte sind, nehmen wir Kontakt auf mit diesen Leuten. Das ist in der Tat ein Fehler, wo viel gemacht wird. Das hat man ja auch bei der Mitte können lesen, offensichtlich bei der Initiative Heurot-Strophe, dass offensichtlich sehr viele unterschrieben haben, die gar nicht können und dann auch noch auf dem falschen Bogen. Die haben sich selbst auch so gestraft gefühlt, dass sie einfach unterschreiben. Das zweite HFV-Thema ist das Energiegesetz und das entsprechende Dekret dazu. Über das Gesetz wird im Juni vermutlich oder auch später abgestimmt, das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber das Dekret wurde diese Woche vom Regierungsrat in Kraft gesetzt, auf den 1. Oktober 2024. Ab dann gültet eigentlich alles, was da drin steht. Das heisst, ab dann sind fossile Heizungen bei Neubauten nicht mehr erlaubt, verboten. Und ab 2026 dann auch der Ersatz von bestehenden Heizungen, wenn sie älter als 15 Jahre sind. Und dann muss man die dann auch rausreissen. Die HFV sagt auch immer wieder, ein massiver Übergriff vom Staat. Es ist ein massiver Übergriff. Man muss ja auch ein bisschen die Tauern von so einer Anlage in Betracht ziehen oder einfach ganz insgesamt ein Haus. Für welche Zeit baut man das? Und ich sehe einfach den zeitlichen Druck, den man da aufsetzt. Nicht, wenn ich das jetzt im globalen Kontext einordne. Das sind nichts mehr. Die Deutschen haben es vor ein paar Monaten in Diskussion geführt. Da hat es Protest auf den Strassen ausgelöst. Man hat dann das eigentlich alles zurückgezogen und hat gesagt, die Bestandesbauten werden nicht angelangt. Und das ist eigentlich ein Modell, das wir favorisieren würden. Man versucht jetzt so aus meiner Sicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und wir werden sehen, wie das Volk auf das reagiert. Ich glaube nicht, dass das eine Chance hat. Aber was natürlich so unschöner ist mit dem Dekret, ist einfach, dass man dort jetzt so tut, wie wenn das eigentlich gar nicht mit der Abstimmung zu tun hätte. Obwohl das in der Vorlage, wo ein Landrat kam, ist ganz eindeutig zusammen. Also es ist in einer Vorlage, jetzt gesagt Gesetzesänderungen, das ist das Dekret dazu. Das ist schon eine Trickserei, die ich störend finde. Und am Schluss einfach zeigt, wie viel Ideologie und wie viel Verbissenheit in diesem Thema ist und auch wie viel Geld in diesem Thema ist. Ich meine, die ganze Industrie, die da profitieren kann, wenn alles umgestellt wird auf eine Technologie. Und viel wird auch ausgeblendet in dem ganzen Kontext, dass wenn wir nur auf eine Technologie gehen, was bedeutet das? Neue Abhängigkeiten. Oder du hast gesagt, ein Dekret ist jetzt veröffentlicht worden. Das würde dann bedeuten, dass man zu einer bestimmten Frist, ich meine, es ist 26, 26, ab 26, darfst du dann nicht mehr Öl- oder Gasheizung ersetzen. Und da weiss man eigentlich aus der Vergangenheit auch, was passiert dann. Alle, die können, ersetzen das einfach noch schnell, weil es ist viel billiger, Brenner ersetzen. Wo schon ein bisschen im Tier kam, ist das dann umstellen, wenn wir ein neues Heizsystem haben. Also die Lernkurve ist irgendwie gar nicht da. Das ist sehr ideologisch, jetzt die geführte Diskussion. Wenn man das in Frage stellt, dann sind wir gerade ewig gestrige nicht ankommen, im 21. Jahrhundert und, und, und. Aber man werden es gesehen. Ich bin dort eigentlich gutem Mut, dass wir der Bevölkerung aufzeigen, dass das wirklich ein Holzweg ist. Und dass man am Schluss, und um das ging es ja eigentlich, am Klima mehr Schaden zufügt, indem man alle jetzt noch schnell neue Ölheizungen quasi reindrückt. Also wenn man auch die bisherigen Anreizwege, die ja im Basel mit dem Energiepaket super läuft, dass man den verlassen, ohne Not, das ist auch eine politische Demonstration. Das heisst, man setzt eigentlich eine Deadline, und so lange könnte man eigentlich noch alles einbauen, und niemand kann etwas sagen, und das ist ein bisschen das, was auch in Deutschland dann passiert ist, wenn ich dir richtig zufasse. Das hat gerade angefangen, weil man in Deutschland ist ja das noch kürzer gesehen. Die haben irgendwie Anfang Jahr gesagt, dass es dann ab dem Jahr meinte, ist das damals gewesen. 24 nicht möglich, und dann ist natürlich auch alle gerade Heiziger angelöst. Und die haben ja weder das Material, noch die Leute, die das können, und, 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 und. Und ganz viele Häuser, und das kommt dann eigentlich vor allem dazu, sie sind nicht gemacht, nicht so ausgerichtet, dass sie mit Wärmepumpen beheizt werden können, weil einfach, du brauchst eine breitflächige Wärmeverteilung, das kannst du mit einem Neubau so vorsehen, und dann ist das kein Problem, in Altbauten, wo irgendwie so Radiateuren an der Wand sind, wo man, ja, die können uns noch erinnern, nicht können anlangen, weil sie so heissen müssen sein, dass eben das ganze Haus kann beheizt werden, ja, so heissen wird einfach keine Wärmepumpe, das heisst, ist ja nicht ganz durchdacht, und dann heisst immer gleich, ja, Härtefallfond, oder Härtefall, Härtefall, Regelung, Entschuldigung, und dann entscheidet der Staat, und dort hört es dann irgendwie bei mir völlig auf, das finde ich, das ist dann übergreifig. Also quasi der Scheidsrichter ist dann der gleiche, der eigentlich die Regeln schon macht, und wenn die Regeln schlecht ist, dann entscheiden wir einen anders, ja. Vielleicht gehen wir noch mal schnell auf das ein, also Basel wie der Stimmvolk muss irgendwann mal über das Energiegesetz abstimmen, das ist klar, voraussichtlich am 9. Juni, vielleicht auch später, das kommt jetzt nach der Phase nach den Ferien aus, also der Regierungsrat wird dann sagen, ist es am 9. Juni oder nicht, und gleichzeitig setzt der gleiche Regierungsrat, aber das Dekret in Kraft, wo er dazugehört, also inhaltlich dazugehört. Das ist schon ein komisches Vorgehen, oder? Und jetzt hat er mit gesagt. Es ist sehr komisch, also noch komischer finde ich ja, dass er sich eben auf den Standpunkt stellt, und das ist ja dann am Schluss das Zeichen, das er mit dem Vorgehen sendet, das hat nichts miteinander zu tun. Das würde ja bedeuten, dass ein fossiles Heizungsverbot einfach beschlossen werden kann, ohne dass die Bevölkerung je zu dem Stellung nehmen kann. Das hat sie aber im Übrigen schon. Wir haben ein nationales CO2-Gesetz in Baselbiet notabene abgelehnt, also Baselbiet-Stimmbevölkerung gesagt, nein, wir wollen kein Verbot von fossilen Heizungen. Und da hat man dann offenbar auf Göschenai-Rolo gestellt im Hörgang bei der Regierung und hat einfach gesagt, wir bringen es jetzt trotzdem wieder. Weil sie gemerkt haben im Landrat, das klingt gut, die Politiker wollen wieder gewählt werden, es gibt Jubel von den Medien, dann ist das so durchgekommen. Aber Fakt ist, Baselbiet-Völkerung hat bis jetzt in diesen Themen Nein gesagt, wenn es konkret um Massnahmen gegangen ist. Und ich finde, da wird auch der Volkswillen nicht wirklich respektiert. Das Vorgang hat ja auch im Landrat jetzt diese Woche für recht wirbel gesorgt. Die Fraktionen von der SVP und der FDP haben eine Fraktionserklärung abgegeben, genau zu dem. Und haben das auch, was du jetzt gesagt hast, das ist moniert. Das ist jetzt einmal die Medialen aufgriffen worden und der Isa Graber ist in Erklärungsnotstand gekommen. Ich habe es nicht gehört, ich habe es jetzt auch gelesen, dass es gesehen ist, aber ich habe die einzelnen Worte noch nicht gelöst. Aber ich finde es gut, dass es aufgriffen worden ist. Ich glaube, dass ein Notstand kommt, wäre ich auch, weil da spielt ein Spiel, das ich unwürdig finde. Aus Sicht HIV, also die Abstimmung kommt ja nirgendwenn, das heisst, man geht voll auf die Abstimmung und schaut, dass man dort sicher mal ein Ei vom Volk herankriegen kann. Also man wird vorher schon versuchen, das Dekret eigentlich dann auch zu bekämpfen, beziehungsweise einfach zu sagen, das geht vom Vorgehen nicht, aber es geht im Übrigen auch vom Inhalt nicht. im Dekret wird, also ein Dekret, es ist komplex, aber das ist ja eigentlich, es gibt eine Verordnung, da kann die Regierung Details zum Gesetz regeln und wenn man als Landrat, die Landrat entscheidet über das Dekret nicht will, dass die Regierung das allein regeln kann, gibt es die Möglichkeit, ein Dekret, wo gewisse Details geregelt werden, das kann dann aber nur vom Landrat geregelt werden, geht aber in Basel nicht, was folgt. Das heisst, dort werden Sachen geregelt, die vielleicht zu wenig detailliert im Gesetz sind und dann ist es aber nicht so, dass es jedes Mal Volksabstimmungen und so gibt. Aber, was ganz klar ist, es können nur Sachen geregelt werden, die im Gesetz sind und vielleicht zu wenig detailliert sind. Und dort ist das inhaltliche Problem, dass zum Beispiel die Photovoltaikpflicht, aus meiner Sicht keinerlei Abstützung im Gesetz hat, aber im Dekret kommt es. Also wird ja bis eingeführt, wo ein Gesetz nie gekommen ist, das hat man dem Volk eigentlich nie können Ja oder Nein sagen. Und ich meinte, das ist die grosse Achillesfase und die grosse Schwäche vom Dekret. Und ich bin eigentlich auch dort gut gemütet, dass das Dekret nicht Bestand haben wird. Mir geht es aber eigentlich mehr einfach um das Politische, um den Prozess, den man wählt, wie man da einfach versucht, ich habe es vorhin gesagt, Kopf durch die Wand und alle Meinungen, die nicht gerne gehört werden, die werden dann einfach abgecancelt und dann heisst es ja, Ewiggestrung und sowieso. Und die Leute, die es betrifft, die lässt man einfach im Ragen stehen. Aber das heisst, da ist der HFV in den nächsten Monaten sicher aktiv. Das wird der HFV beschäftigen. Gut, verlassen wir den HFV, gehen wir zur Wirtschaftskamera. Dort ist auch ein Haufen politische herum. Da wäre zum ersten Mal Geschichte, was am Standpunkt gestanden ist, dass gewisse KMU sich überlegen oder es auch gemacht haben, dass sie, wenn sie wegen Baustellen oder wegen Sperrungen beispielsweise des Reistrohs Umsatzeinbussen haben und sich nicht haben wehren und das einfach über sich haben müssen, dass sie Entschädigungen verlangen wollen oder sicher überlegen, dass sie Entschädigungen verlangen wollen. Kannst du das nachvollziehen? Also jetzt in den Fällen, wo wir darüber berichtet haben, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, dass man einfach grundsätzlich mit Entschädigungen hantiert und jedes Mal, wenn jetzt hier der Boden aufgerissen wird, sagt, jetzt will ich im Fall auch noch Geld. Um das geht es gar nicht. Sondern es geht um, wie in so vielen Fällen, es geht um Augenmass und um die Art und Weise, wie man mit den Leuten umgeht und auf sie zugange ist und dann auch versucht, Lösungen zu finden. Und das ist jetzt gerade in den Fällen und vor allem auch bei der Einstoss. Da haben wir ja auch mit einem Dekret unsere Erfahrung gemacht und vor allem mit dem eigenwilligen Umgang der Regierung mit dem Dekret. Da habe ich volles Verständnis, dass die Unternehmen sagen, also haben sie tatsächlich einen richtigen Schaden finanziell, den man hätte verhindern können, ohne dass irgendjemandem etwas passiert wäre. und das ist auch eine Machtdemonstration von der Baselbieter Regierung gegenüber den Unternehmungen und im juristischen Graubereich haben wir auch gefunden, die Zuständigkeit ist nicht klar, dort nicht klar. Ich kann es sogar noch verstehen, wenn man das Gefühl hat, die Zuständigkeit ist nicht klar, aber das kann vielleicht einmal basieren. Und dann macht man es ja doch noch einmal klar und sagt, okay, wir passen jetzt das Gesetz an, dass nachher auch die Wege und die Prozesse stehen. Aber mir gefällt es offenbar, seit Corona, habe ich das Gefühl, hat sich ein bisschen mit diesen Modus versetzt, den sie finden, es ist eigentlich noch schön, wenn man da nicht aufs Volk und aufs Parlament hören muss. und der Eindruck, der verfestigt sich im Moment, da wird einfach einmal gemacht und nach mir die Sintflut, hat es wahrscheinlich auch damit zu tun, dass alle, die das im Moment so machen, nicht mehr unbedingt wiedergewählt werden müssen, weil sie am Ende der Lebenszeit in der politischen Gemeinde jetzt sind. Aber es ist ja unschön und wir unterstützen die Unternehmung, die sollen da etwas dafür bekommen, dass man ihnen mutwillig so einen Schaden zugefügt hat. Du hast es so angedönt, gescheiter wäre ja eigentlich vorher sich zu überlegen, was muss man machen, damit es hinterher gar nicht zu solchen Fällen kommt. So eine rechtzeitig auf die KMUs zugeht, auf die Wirtschaft zugeht und sich überlegt, bevor man loslegt oder bevor man etwas schliesst, was heisst das, was löst man damit aus und wie könnte man es auf jeden Fall so anders lösen, damit das eben nicht passiert. Das wäre eigentlich das gescheitere. Das wäre definitiv gescheitere und das ist der Vorteil, wenn man so lange dabei ist. Das ist vielleicht der einzige Vorteil vom Alter. Man kann hinterher schauen und es ist ja nicht so, dass das Thema neu ist und die Wirtschaftskamera hat vor vielen Jahren, das sind 10 Jahre plus, haben wir so einen Baustellenverordnungskatalog aufgestellt, der genau das Thema aufgriffen hat, der gesagt hat, wir wissen, es muss irgendwann eine Strasse neu gemacht werden und das geht es nicht, aber Baustellen können so oder so gemacht werden und es geht um die Optimierung von diesen Baustellenzeiten. Also es sind ja Sachen basiert an einer Strasse mit vielen Detailhändlern musst du jetzt nicht im November und Dezember aufrissen, weil dann machen die irgendwie 80% vom Umsatz. Das größte Geschäft, ja. Und dass man eben gesagt hat, lasst uns einen Prozess einführen, der von Anfang an eigentlich klar ist, wir reden auch mit den Betroffenen und schauen, wann ist es möglich. Und das Verständnis von diesen Gewerblern ist, die wollen ja auch keine Schlaglöcher vor den Häuser und so und so. Also es ist ja alle wollen das Gleiche und das scheitert von mir aus gesehen einfach am Widerstand von der Verwaltung an. Die Regierung verteidigt dann auch die Verwaltung durch dick und dünn, weil das sind halt ihre Mitarbeiter und die, die ihnen da täglich das Zeug zu schanzen. Und dann ist es so wie ein Fail-Anreiz, der dazu führt, dass man irgendwie statt zusammenschaft beginnt, sich gegenseitig abblocken. Und ich verstand es nicht und die Ausflüsse sind am Schluss so Fälle wie jetzt beschrieben in zwischen August und Prattelen. wo jetzt zu Gericht werden müssen entscheiden, hätte jetzt irgendjemand etwas zu gut oder nicht. Und sogar wenn es der Jure, also juristisch, dann nicht etwas zu gut gibt, also moralisch hätten sie sicher etwas zu gut, weil was da passiert ist, ist einfach nicht okay. Ich habe den bestellenfordernd ins Katalog angeschaut. Der ist aus dem 14-15. Das sind eben Baselbieter Gewerbverein zusammen mit der Wirtschaftskammer. Und das sind glaube ich zehn Punkte, die da aufgelistet sind. Und wenn man so durchliest, denkt man ja völlig normal, also miteinander schwer, ich sage es mal ganz einfach, miteinander reden, rechtzeitig reden, wie sieht die Planung aus, was können wir machen, wie können wir umgehen, einbunden werden aus Sichtgewerbe. Hat das damals etwas ausgelöst und ist das wieder ein bisschen verloren gegangen oder rückblickend? Ich finde, es hat etwas ausgelöst, einen Widerstand aus der Seite der Verwaltung, wo man gesagt hat, ja wir machen es und dann ist man dann irgendwie, oder was dann natürlich passiert. Und das ist ja so, wir haben gewerbfreien sind tiefstes Ehrenamt. Das heisst, wenn dort eine Bau- und Umweltstücksdirektion, wie viele Mitarbeiter haben die? 800 schätze ich jetzt einmal, plus wie noch. Das sind ein paar, die am Telefon sein könnten. Auf den Gewerbvereins, Sekretärartig gibt es gar nicht, das sind Leute, die einen normalen Job haben, ein Geschäft haben und dann nebenbei sich noch einsetzen, ehrenamtlich für die Interessen von den Gewerben. Und wenn dann dort nicht gerade eine Mail in der drei Tage zurückkommt oder ein Telefon, dann nimmt man das zum Teil als Ausrede genommen. Ja, die haben es doch nicht gemeldet, die haben kein Interesse. Und das ist einfach so, von Anfang an, dass man Eindruck sieht, dass es lästig angeschaut wird und man will da zu viel dreinschnurren. Statt, dass man die Chance gesehen hat, dass man die Leute, die vor Ort eigentlich genau wissen, was läuft, dass man die gut einbunden hat. Und ich höre einfach seither viele, viele Entschuldigungen, warum es nicht geht oder Ausreden, besser gesagt, entschuldigen tut man sich nicht und wir reden auch ausreden. Und ja, wir müssen das noch mal ein bisschen intensivieren, aufgreifen. Aber am Schluss macht die Verwaltung das, was die politische Führung sagt und dort spüre ich null Interesse von Seiten des Vorstehen der Bau- und Umweltschutzdirektion Verbesserungen anzubekommen. Das nächste Thema sind die nicht überholbaren Bushaltestellen. Also der Kanton hat einen Testversuch gemacht mit verschiedenen Bushaltestellen, die quasi auf der Strasse sind, sodass der Individualverkehr die Autos hinter der Arme nahehalten und nicht überholen können. Mit dem will man einerseits die Fahrplanstabilität des ÖV aufrechterhalten oder verbessern. Man will den ÖV attraktiver machen. Man hat einen Test gemacht, viel gebraucht hat er ganz offensichtlich nicht und trotzdem sind gewisse Bushaltestellen nicht nur provisorisch, sondern jetzt eigentlich fix eingerichtet worden und gehen nicht mehr weg. Hat auch die Rede gegeben. Ja, auch dort fragt man sich, warum. Warum ist das genau so? Wenn es jetzt wirklich so wäre, dass der Bus fünf Minuten, zehn Minuten hintereinkommt und ich hätte sogar noch Verständnis für die Massnahmen, aber wenn es überhaupt nichts bringt, dann stehst du auch zu Nichtstosszeiten hinter dem Bus. Das sind einfach ideologische Demonstrationen, Machtdemonstrationen, die im Moment durchgezogen werden. hat genau das verfestigt, das Bild, das ich mittlerweile habe, insbesondere von der Direktion, dass man da eigentlich, dann ist völlig egal, was links und rechts geht. Da ist man schwer, schwer ideologisch unterwegs und biegt sich die Sachen zurecht. Und ja, zum Glück sind dann gleich die Wahlen und das ist mir aber auch bewusst, das ist ein grosses Schiff, das jetzt in die Richtung geht. Das wird nicht einfach von heute auf morgen anders. Aber das ist eines der Symptome, das ist eigentlich völlig unverständlich, was dort läuft. Das ist einfach der Autofahrer, das Autofahren, vermiesen. Und für mich ist das wie vor zehn Jahren haben wir so politisiert. Heute wissen wir, man muss immer vor ausdenken und was passiert später. Anwärter werden die Autos nicht mehr CO2-Schleudere sind, wo sie gesehen sind. Es werden andere Mobilitätsformen auf den Strassen unterwegs sein. Und einfach der totale Fokus auf ÖV, 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 der funktioniert im Basenbiet nicht, weil einfach die Feinverteilung kannst du gar nicht machen in diesem Ausmass. Überall, was agglomationsstädtisch wird, hat das grosse Vorteile, aber das hört irgendwann auf und das sollte eigentlich unsere Bau- und Umweltschutzdirektion wissen. Aber es ist die Ideologie, was daran hindert, dass man das auch umsetzt. Es gibt ja zwei Aspekte. Der erste ist eigentlich, dass man sagt, der ÖV wird so attraktiver, indem man etwas anderes eigentlich unattraktiver macht. Eigentlich ein total falscher Ansatz. Das ist aber, wie soll ich sagen, das ist wie wenn du sagst, okay, wir machen ein Wetterrennen bei den Kindern und du darfst aber nicht so viel schneller sein als der vielleicht etwas festere Kollege, weil der ist sonst zu fest deprimiert. Also, ja, nicht zu schnell rennen und so. Und ich meine, das Gedanke, das sehen wir auch nicht anders, dass man eigentlich versucht, alles so ein bisschen, ja, es ist, es sprengt, glaube ich, der Podcast, aber es ist Ausfluss von der Mentalität, die in den letzten Jahren brutal zugenommen hat. Und das Zweite ist, dass man sagt, die Autos warten hinter dem Bus, oder? Das heisst, die stossen ja in der Zeit CO2, weil sie können nicht vorbeifahren. Es ist ja nicht so, dass man nur aktuell Elektroautos hätte oder man hätte auch von der Baudirektion lesen können, sie hätten ja schon kein Problem, Motor abschalten, wieder anschalten, also das ist alles nicht so schlimm, aber es ist ja gerade, wenn man sagt, ja nein, aber Umweltschutz, also das ist ja nicht wirklich das, was man denn will, wenn die Autos in einer Kolonne hinterher stehen und nicht überholen können. Nein, geht es ja darum, dass ein Wirtschaftsstandort oder auch, wo man wohnt, dass man, dass man will mobil sein und warum genau tut man den Leuten Steienweg rein schmeissen. Es ist ein Fakt, dass die MIV ist immer noch am Wachsen, wir haben noch nie so viele Zulassungen für Fahrzeuge, trotz all diesen Schikanen, die Leute sehen im Moment immer noch in der Güterabwägung ein Auto im Vorteil und die Autos werden sauberer und das umerziehen wollen oder damit mit so Moral-Apostel vorgehen, ich glaube, wir schauen nochmal zurück auf die Zeit und werden sagen, was haben sich die vorgestellt. Weil es funktioniert eigentlich in keinem Bereich von der Politik so. Es ist ja lustig, wie es die Situation mit den Leuten mitnehmen, ja, die Leute mitnehmen, aber die Leute wollen etwas anderes, als vielleicht die in euren in euren Köpfen haben, aber bitte akzeptieren, weil am Schluss ist bei uns eigentlich immer noch so, dass eine Mehrheit zu sagen hat und das wird einfach da mit so Schikanen und Massnahmen untergraben und das hat natürlich dann ganz fest mit den Leuten zu tun, die an den Hebel sitzen. Er zu reden gegeben hat und auf Widerstand gestossen ist ein Vorstoss von einer SP-Landrätin, die sie eingereicht hat und allerdings vor der Landratssitzung zurückgezogen hat, dass der Staat eine Kantine für die Staatsanstalten in Liestel einrichten soll und das Ganze im Prinzip laufen lassen unter gesunder Ernährung. Also so soll man schauen, dass die Staatsanstalten sich gesund ernähren können. Das hat recht wirbelgeben, er ist jetzt nicht eingereicht worden, aber der Widerstand war da gross. Ja, also als Gastrobetrieb würde ich mich auch fragen, wieso brauchen wir jetzt so staatliche Konkurrenz? Das ist ja ein Thema, das wir auch verschiedentlich aufgriffen haben. Wieso sollen staatliche oder stark subventionierte oder monopolistische Unternehmungen in den Wettbewerb mit der Privatwirtschaft gehen? Auch dort, wenn jetzt der Staat das Gefühl hat, es ist zu wenig gesund und zu wenig gut, was unsere Gastronomen anbieten im Raum Liestel, sollen wir doch zuerst mit denen reden und sagen, okay, wir hätten gerne ein anderes Angebot und wir wären bereit mit Bonn und Vergünstigungen, wie auch immer. Das sind die Letzten, die dann sagen, nein, machen wir nicht. Aber ich weiss auch nicht, gehört vielleicht in die heutige Zeit, dass der Staat alles ein bisschen regeln soll und wir haben es vorne nicht zusammen mit den Gewerbvereinen in welchen Baustellen koordinieren. Es ist ja das Gleiche. Wir sind auch da nicht auf die Zugänge, die es eigentlich schon gibt, sondern haben wir das Gefühl, mit Nordabend immer Steuergelder, tut man sich da irgendwelche kleine Zusatzverdienste und Zusatzbenefits rauszuholen und das ist ja auch Teil vom Ganzen. Also wenn ich, es könnte jetzt an und an, mit den Anstellungsreglementen und, und, und. Der Staat holt heute die guten Leute zu sich mit Steuergeld, höhere Löhne aus der Wirtschaft raus und das ist genau das Gleiche. Da haben wir viele Beispiele, wir können vielleicht in einem nächsten Podcast noch mal darauf zurückgehen oder in einer Spezial-Sendung. Also die Kantine, wenn wir da beim Wortspiel bleiben wollen, haben wir das Gefühl, das Thema ist im Moment gegessen. Bin ich sicher, weil da hat es Kräfte in der Verwaltung auch, die finden, günstig essen hilft. Das war jetzt ein bisschen auf den Horizont durch politische Themen. Es sind einige abschliessend alle, also da ist im Moment wirklich, also, ich habe es am Anfang gesagt, da ist im Moment, ja, zu unterdinnen. Zu unterdinnen. Genau. Und ist das auch etwas, was du zurückhörst von den Mitgliedern, von der Wirtschaftskamera oder jetzt auch vom Hauseigentümerverband, wo du wirklich direkt auch, wo sie dir schreiben oder anrufen oder wenn du dann an Anlässt bist und sagst, hey, das gibt es ja nicht, was da im Moment abgeht. Also, wir haben ja mit der Wirtschaftskamera mehr so direkt Kontakt anlässt, dort ist definitiv so. Es ist einfach viel Unverständnis rum. Man fragt sich ein bisschen, was ist los? Und bei den Hauseigentümern können wir dann mehr schon einbauen. Da merkt man auch anhand der Handschrift, das sind ältere, besorgte Leute, die sagen, muss ich jetzt aus meinem Haus raus? Das können wir uns nicht leisten. Es sind solche Sachen und ich finde, ich glaube, das auch schon letztes Mal gesagt, ich finde es unwürdig. Aber, oder letztlich ist immer so, wenn es so ein bisschen Krisensituationen sind, ist das die Hochkonjunktur für die, die für die Leute Interesse vertreten, für uns. Wir machen das gerne und ich beklage mich nicht, aber es ist angekommen, bei den Leuten, dass das nicht gut läuft. Gut, herzlichen Dank, Christoph Brusser, freue mich schon aufs nächste Mal. Dankeschön dir. Ich wünsche dir eine gute Zeit, wünsche dir einen guten Superbowl und ich möchte den gewinnen, der der Besserer ist und der du hoffentlich auch möchtest gewinnen. Dankeschön. Dankeschön dir, Michael. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020